Ja, heute gibt es Ackergeräte, Wirtschaftsapparate, Bau mit Klemmbaustein oder so ähnlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in meinem kleinen beschaulichen Steine-Studio. Ich grüße euch und ich grüße vor allem auch die, die neu auf diesem Kanal dazugekommen sind. Ja, im ersten Teil von dieser Serie, sage ich mal, von dem wahnsinnigen Zweiteiler, der es wahrscheinlich ja nur werden wird. Ja, im ersten Teil habe ich den Trecker hier gebaut. Vor allem weise ich auch in diesem Video auf einen in meinen Augen schwerwiegenden Konstruktionsmangel hin, der einem vielleicht nicht unbedingt sofort auffällt. Deswegen, wer sich dieses Fahrzeug zulegen möchte und dann nicht unbedingt die Pleite erleben möchte, dass ihm der Lenkservo kaputt geht, was bei dem Mangel passieren kann, dann klickt bitte auf dieses Video, schaut es euch an und dann könnt ihr ja zu diesem Video wieder zurückswitchen, weil da geht es nämlich heute darum, er kriegt seine Anbaugeräte. Und zwar ist das hier die Anleitung. Diesen Trecker gibt es einmal in Rot, einmal in Gelb. Ich habe ihn hier, wie ihr seht, in Rot. Und die Rückseite zeigt uns eben die Anbaugeräte, die da mit bei sind in diesem Set. Es gibt noch ein weiteres Set, wo noch mehr Anbaugeräte und ein Hänger mit dabei sind. Das habe ich aber noch nicht in meinem Bestand, wird aber kommen. So viel steht fest. Ja, heute machen wir in diesem Video die ganzen Anbaugeräte fertig. Ich baue sie wieder zusammen und ja, stelle sie euch dementsprechend vor. Und dann gucken wir mal, was wir mit den Teilen hier an dem Trecker so veranstalten können. Ja, der Trecker hat hier unten, das kann man auch im ersten Video sehen. Da zeige ich es ja nochmal, wo ich dann die Funktion dieses Treckers einmal durchgehe, lenken, die Antriebswelle für die Anbaugeräte und auch das Vorwärts-Rückwärts-Fahren demonstriere, bei dem ich ja leider ein bisschen dämlich war und etwas gecrasht habe. Also auch wer das gerne nochmal sehen möchte, weil er da so einen Spaß dran hatte, bitte schaut euch das Video nochmal an. Ja, so viel sei gesagt, Mos Eisley steht wieder und ist zusammengebaut. Ja, mir gefällt der Trecker soweit erstmal ganz gut. Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass man die Aufnahmen der Acker-Bewirtschaftungsgeräte, ich habe keine Ahnung von, wie sich die alle nennen, es gibt Grober, es gibt Flügel, es gibt Schieß-mich-tot-Mähwerke und so weiter und so fort. Ist nicht mein Metier, kenne ich mich nicht mit aus. Aber ja, diese Anbaugeräte kommen mir eben dran. Und diese Aufnahmen dafür, das sind eben die, die hier vorne einmal hier und einmal hier dran sitzen, sind bei diesem Trecker leider nur mechanisch zu bewegen. Also sprich, ja mechanisch ist gut, aber manuell mit den Händen kann ich nicht über die beiliegende Fernbedienung machen. Ich kann das eben nur absenken und hoch machen, indem ich hier manuell dran drehe. Das geht vorne und hinten. Somit ist das Absenken der Gerätschaften leider nur mit der Hand machbar. Ich denke mal, avisierte Technikbau-Fans, die selber vielleicht auch schon viel gemockt haben und sich mit sowas viel auseinandergesetzt haben, werden vielleicht auch schon Möglichkeiten gefunden haben, das motorisch anzutreiben. Ich habe da jetzt auch noch nicht hinterher geguckt oder vielleicht gibt es aber auch noch keine Videos dazu. Ich weiß es nicht. Ich werde mir vielleicht, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, was bei mir aber leider Gottes im Moment nicht so wirklich der Fall ist, die Zeit, werde ich mich da vielleicht auch noch mal ranbegeben. Aber ich will so vieles machen. Ich will selber mal noch was bauen für meine Star Wars Sachen hier. Und ich habe keinen Platz. Und ach, ihr kennt das ganze Gesinge. Ist auch erstmal egal. Ja, wir kümmern uns jetzt um die Anbaugeräte hier und gucken mal, was uns da alles erwartet. So viel kann ich ja schon mal sagen. Wir haben hier so eine Art Fräse, die wir hier vorne dran machen können. Ich weiß nicht, da kann man, oder ob das ein Schneeflug, glaube ich nicht. Das ist wahrscheinlich einfach nur so eine Art Fräse für vielleicht Holz oder so. Ich glaube, so wie die hier aussieht, da das Orange, ich weiß gar nicht, ob das zulässig wäre hier in Deutschland. Weil wenn da einer reingerät, den findet man nicht mehr wieder. Ne, ist auch völlig egal. Ja, und dann haben wir halt noch, keine Ahnung, diese anderen Geräte hier. So ein Ding zum Hinterherziehen, vielleicht für Ackerfurchen machen oder ich weiß es nicht. Ich habe da halt keine Ahnung von, wie die Teile alle heißen. Der blaue hier ist sehr interessant, der hier oben, weil das wäre vielleicht auch interessant für Leute, die viel mocken. Da sind Räder bei, ganz viele und zwar ganze zwölf Stück von diesen Rädern. So sehen sie aus. Da sind halt zwölf Stück von bei. Okay, das sind die mit den, ich sage euch mal, die Maße durch 49,5 mal 20. Kenner unter euch, da gehöre ich leider noch nicht so extrem zu. Ich baue halt einfach und mache mir um den Rest eigentlich weniger Gedanken. Die werden vielleicht viel damit anfangen können. Jetzt erstmal nicht. Und von daher, ja, bin ich mal gespannt. Ja, ich würde sagen, ihr kennt das ganze Spiel. Bevor wir hier weiter wieder dummes, naja, ich eigentlich mehr oder weniger derjenige bin, der hier viel dummes Zeug labert, schalten wir jetzt mal um auf die Kameraperspektive und ich hole euch wieder hier an den Tisch und würde sagen, dann legen wir los. Also, bis gleich. So, da sind wir. Ja, einmal da steht es wieder, das Stück von Mos Eisley ist das, was ich, ja, mit dem schönen Trecker im Teil 1 vom Tisch gefecht habe. Ihr seht, da steht es wieder, das ist eben der Vorteil an den schönen Klemmbausteinen. Ja, es geht los. Hier waren wir stehen geblieben, wir hatten die Funktionen vom Trecker durch, jetzt bauen wir das erste Anbaugerät. Das ist diese besagte, äh, ja, Fräse-Crusher. Ich vermute mal, dass man da wahrscheinlich Baumäste durchwämst oder so und die fliegen dann hier oben als Häckselgut wieder raus. Das ist jetzt so meine Vermutung. Ähm, diejenigen, die davon Ahnung haben von diesen Geräten und von denen, die hier hinten draufstehen, können ja mal gerne schreiben, ähm, wofür die alle benutzt werden. Ich weiß nicht, was man zum Beispiel mit so einem Haufen Räder nebeneinander macht, ob man damit einfach nur irgendwas plattwalzt oder, pff, ich weiß es halt nicht. Ist halt nicht mein, mein Hobby oder Beruf, dass ich mit sowas umgehen muss. Ähm, naja, von daher, äh, könnt ihr das ja mal schreiben, was man damit macht, wenn ihr es wisst. Und, ja, also da fangen wir jetzt an. Das machen wir weiter. Und, äh, ihr seht es schon. Ich habe hier schon ein paar Teile liegen. Da sind die besagten zwölf Reifen. Die brauchen wir jetzt ja noch nicht. Wir brauchen jetzt die Teile hier vorne. Und, ähm, ja, dann zeige ich euch mal gerade noch. Wir haben ja noch hier die Teile dann in der Kiste drin. Da sind nur die blauen und schwarzen Pinne. Hier haben wir jetzt die ganzen Zahnräder für den Crusher. Und hier noch ein bisschen Kleinteile und hier auch noch mal. Also, es ist hier noch reichlich drin. Und dann haben wir halt noch dementsprechend den ganzen Beutel hier mit Teilen für die weiteren Geräte. Beutel und den Beutel Nummer 6 haben wir hier auch noch für, ja, die anderen Teile. Was haben wir da denn? Aha. Sie sehen aus wie so, wie so Schwerter, wie so, keine Ahnung. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ja gut, gucken wir mal. Ja, ich würde sagen, ich lege los, fange jetzt an und, ja, wie gehabt, melde ich mich dann gleich wieder. So, jetzt haben wir hier den Crusher fertig. Ähm, ich muss sagen, coole, coole Bauaktion, macht Spaß zu bauen und echt stabil. Also, den kann man auch als Würfel benutzen. Ähm, das ist wirklich, diese Qualität vom Kader und die Pinne, das hält wie Hulle. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Ja, wir haben hier also außen einmal das Gehäuse mit den Technikpanelen in dem schönen Orange hier. Dann haben wir hier die, diese Leisten, die ganz normal aus, ja, Bricks besteht, sage ich jetzt mal. Ähm, die kommen dann hier dementsprechend vor. Ähm, schön mit den Steinen, mit dem Rot-Weiß. Dann haben wir hier drin zwei Reihen Zahnräder, die dementsprechend das, ja, Schredderwerk darstellen sollen. Wie ihr seht, dreht sich das richtig. Ähm, wir haben hier diese, diese konischen oder diese, ja, schrägen Panelen für diesen Einwurf- oder Einschubbereich. Und hier oben angedeutet den, ja, Häckselauswurf, gehe ich mal von aus. Ähm, das hier ist die Aufnahme mit diesen vier Pinnen, um das Ganze hier an dem Trecker festzumachen. Hier vorne an der Aufnahme. Das kommt dem dementsprechend hier, hier vor. So, dann kann man die Pinne reindrücken und das hängt dann da dran. Damit sich das Ganze hier drin bewegt, ups, Entschuldigung, dass ich an die Kamera komme. Damit sich das Ganze hier drin bewegt, gibt es hier die Verbindung über dieses Kadangelenk. Das heißt, das, äh, das rote Stück Achse kommt hier in diese Aufnahme hier unten rein. Und das geht dann ja auf diese Achse, auf die, ähm, ja, Querachse hier unten oder Längsachse, die man motorisiert über die Fernbedienung antreiben kann. Und dann kann man das Ganze da drüber drehen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und zwar ungefähr so. Ja. Das erst mal zu dem Teil hier. Aufgebaut ist das, ähm, ziemlich simpel. Wir haben einfach hier drin einen schwarzen Technik, ähm, Rumpf, wo eben die Achsen, die Technikachsen mit den Zahnrädern bestückt drin hängen. Und das Ganze dann hier hinten halt über diese Umlenkung hier unten drin halt, ja, als Antrieb umgelenkt wird, um eben diesen Dreheffekt hier zu machen. Und, ja, das war's eigentlich schon. Und wie gesagt, ist halt super stabil. Ja. Ich würde sagen, dann gucken wir mal was. Ach, ich bin aber auch heute hier wieder drauf. Rumpf hier alles um. Ich weiß nicht, der Trecker, der ist hier mein, ja, mit dem ich alles kaputt mache halt irgendwie. Ja, das haben wir jetzt gebaut. Jetzt kommen wir zu den beiden Teilen, Tüte 5. Ähm, anfangen tun wir mit dem blauen, wo jetzt auch die ganzen zwölf Räder dran kommen. Und, ja, ich würde sagen, ich baue den mal putzbahne ich gerade und bin wieder zurück. Das geht ja jetzt fix. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, und da sind wir schon. Da habe ich ihn fertig. Ja, auch nett gebaut. Aber ich glaube, hier haben wir leider ein kleines Manko. Und zwar, ähm, das scheint mir nicht über die Achse, über die Antriebsachse, wie bei ihm hier, ups, wie bei ihm hier angetrieben zu werden, weil die gibt es hier dran nicht. Ich habe ja gedacht, man kann die Seiten hier dann mit der Fernbedienung runterfahren. Aber, wenn wir hier sehen, wir haben hier auch wieder diese Aufnahmepunkte, um das Ganze am Trecker festzumachen. Wir haben aber halt keine Achse, um das Ganze anzutreiben. Und zwar wird das Ganze einfach per Hand runtergekurbelt. Das heißt, wir müssen kurbeln und drehen und kurbeln und drehen und kurbeln. Merkt ihr, das wird ein Beat? Und drehen und kurbeln und drehen und kurbeln. Boom, boom und drehen und drehen und drehen. Oh Mann, jetzt drehe ich völlig durch. Ja, so, jetzt haben wir das Ganze runter und wir haben hier ganze zwölf Räder. Ich mache das mal so, weil ich kriege das noch gar nicht mehr auf die Kamera. Es ist schön breit. Ich gucke mal einmal gerade. Na super. Das ist ja wieder typisch. Ach nee, da hinten. Ja, ich muss mal einmal aufstehen und die Studio laufen. Da meine beiden Kleinen hier schon wieder mein technisch geprüftes Messmittel entführt haben. Dann können wir mal gucken, was wir hier für eine Breite haben. Ja, wir sprechen hier von 40 Zentimetern. Also von den weißen, gelben Eckpunkten hier hinten. 40 Zentimeter mit zwölf Rädern und für mich ein großes Fragezeichen. Was macht man damit in der Landwirtschaft? Irgendwie? Hm. Ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Außer, dass ich halt mit den Rädern den Acker plattwalze. Ist das denn das, was man damit machen will? Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal, wie gehabt, in die Kommentare schreiben. Ja, so sieht es von der Seite aus. Für, wie gesagt, für Mokka wahrscheinlich wirklich interessant mit den ganzen Rädern. Also wir haben hier halt viele schöne Sachen bei. Klar, wir haben natürlich immer verschiedene Farben. Wir haben orange, wir haben rot, wir haben blau. Und es gibt noch, was ist denn hier in dem Beutel? Hier ist auch nochmal rot drin im Beutel 6. Und das andere ist auch noch gelb und rot. Gut. Ja. Hm. Keine Ahnung. Also für Mokka sicherlich ein interessantes Set zum Ausschlachten. Wir haben hier schließlich nochmal zwei von den großen, ja, mechanischen Lifthebearm. Gut, ja. So sieht das Ding aus. Jetzt geht es weiter mit dem hier. Das ist so ein Furchen-Ziegerät, würde ich jetzt mal tippen. Ja, und dann baue ich das mal gerade zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sind wir auch schon wieder. Ja, da habe ich es fertig. Das Furchen-Agrar-Ziegerät, was auch immer. Das ist nichts Besonderes. Ja, man baut, wie gesagt, wieder mit der Aufhängung hinter den Trecker und dann zieht man seine Furchen. Hier ist natürlich auch wieder interessant, denke ich mal, für Mokka, dass man von diesen Rädern natürlich eine Menge hat. 4, 6, 8, 10, auch wieder 12 solche Teile hier. Und, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt hier in meinen Augen nichts Spannendes. Es ist auch keine aufregende Baukunst hier. Wird halt, ja, wir sind mit Lift-Armen alles zusammengebaut. Und, ja, dann hat sich das soweit erledigt, wa? Ja, oh, jetzt, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Da ist wirklich nicht viel dran. Jetzt gibt es noch einen Teil. Einen haben wir jetzt noch, und zwar den hier, den, hm, fragt mich nicht, Grubber vielleicht? Ich weiß es nicht. Äh, ja, den baue ich jetzt. Das ist das letzte Anbauteil. Dann haben wir, haben wir 4 Stück. Die 3 haben wir jetzt fertig. Und 4 sind insgesamt damit bei. Da sind sie ja noch mal. 1, 2, 3 und 4. Jo, und dann haben wir das Set 17.020. Soweit durch. Da kann man es jetzt auch noch mal schön sehen. Und, ja, ich würde sagen, wenn wir das gebaut haben, dann stecken wir die mal an den Trecker dran. Und gucken mal, wie alles zusammen aussieht. Und, ja, das ist jetzt das nächste Teil. Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, in meinen Augen eigentlich, ja, ich würde sagen, mit das beste Anbaugerät. Also mit, ich sag mal, mit dem hier zusammen. Das schlechteste, finde ich, ist das hier. Das ist am langweiligsten. Und dann kommt er mit den Rädern hier. Ähm, aber wie gesagt, die haben halt keine Funktion. Ähm, nur er und er hier werden über den Trecker auch angetrieben. Und zwar bei ihm ist es hier unten drunter. Dieses, ja, Grupper, Mähwerk, was auch immer. Da kann man es mal sehen. So sieht es dann aus, wenn es arbeitet. War jetzt auch vom Bauen her ganz schön fusselig. Also dieses ganze Ding hier zu bauen. Hier laufen überall Achsen durch. Also an drei Positionen. Äh, vier sogar. Eins, zwei, drei, vier Positionen laufen hier Achsen durch. Und dann wird das hier alles übereinander gesteckt. Also da muss man auch in der Anleitung wirklich gut gucken. Äh, weil manchmal sind das halt immer wieder dieselben Bauschritte teilweise. Und dann kann das schon mal sein, dass man vielleicht einen Punkt überspringt. Äh, wenn einem das zu spät auffällt, ja, dann kann man die ganzen Schisselerwänge wieder auseinanderziehen. Ja, bloß Mahlzeit. Aber vom, vom Optischen her ist das eigentlich schon richtig cool gemacht. Und was ich halt wirklich geil finde, ist, dass es wenigstens auch eine Funktion hat, die über den Trecker angetrieben wird. Also ich meine bei dem, klar, das wird halt nur hinterher gezogen. Das ist nun mal so. Aber bei dem blauen hätte ich mir dann doch hier bei dem doch gewünscht, dass man diese Heber hier, ähm, ja, auch über die Achse mit antreiben kann. So, dass man den dann halt über den Trecker auch runterfahren kann. Das finde ich jetzt halt ein bisschen schade, ähm, dass das so nicht gemacht ist. So, ähm, lange Rede, kaum Sinn. Ich würde mal sagen, wir packen die mal jetzt hier dran. Wir machen mal hier vorne das Häckselwerk dran, sodass wir dann auch mal einmal testen können. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen fummeln. Das ist halt so ein bisschen usselig. Mit so dicken Wurstfingern wie meinen. So dick sind meine Finger eigentlich gar nicht. Müssen wir ja nicht immer selber so schlecht machen, oder? So, und den machen wir mal hier hinten dran. Dann gucken wir uns das gleich mal zusammen an. Wie es denn ist, wenn man damit arbeitet. Also das ist ein bisschen fummelig, hier dran zu machen. Ich glaube, wenn man da auch nicht so ein, so eine Zange hat, so eine, dann könnte das beim Entfernen dieser Pinne ganz schön schwierig werden. So, ich hoffe, Achsen sind drin. Ja, ich drehe es jetzt einmal um. Also ich habe jetzt hier die Verbindung mit den Kadern-Gelenken einmal hier und einmal dort. So, das heißt, wir können ja jetzt den hier auch noch per Hand, was ich ja eben auch schade finde, nochmal runterdrehen oder wieder hochdrehen. Und das gleiche hier bei dem Mähwerk auch. Aber wir drehen die jetzt mal hoch, weil, dann können wir vielleicht, ups, ein bisschen zu weit. Dann schalten wir den ganzen mal an hier. Wir bauen eine Verbindung auf. Verbindung ist da. So, und dann gucken wir uns mal das Häckselwerk hier vorne an. So, da können wir es einmal sehen. So rum oder so rum. Also wir können hier mit C vorwärts, rückwärts. Ich mache jetzt auch mal den Test für Eltern mit Kindern. Also da, es passiert nichts. Es tut nicht weh. Also da braucht man keine Angst haben, wenn da das Kind den Finger reinhält. Dann, ja, ist er da halt drin, aber es tut jetzt nicht weh. Es wird sich vielleicht erschrecken, das Kind aber. Aber es kann sich nicht verletzen. Von daher ist das doch schon mal gut. Ja, und dann haben wir ja noch den hier. Ach, ich drehe ihn mal wieder auf die Seite. Dann können wir es vielleicht am besten sehen. Kamera mal ein bisschen positionieren. Und dann können wir sehen, dass auch da das Werk arbeitet. Je nachdem, wie rum wir hier drücken. Es funktioniert. Ja, das finde ich sehr schön. Diese Funktionen haben wir halt bei den anderen Gerätschaften nicht. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen weiter wegstellen. Dann können wir nochmal gucken, wie er dann so aussieht. So würde er halt mit der Wurffunktion aussehen. Wir können jetzt mal noch den. Ich glaube, die anderen baut man gar nicht vorne dran, oder? Gehören die alle nach hinten? Ich weiß es nicht. Aber wir können ja mal den hier abmachen. Ich mache das mal mit meiner Zange, weil die gehen echt schwer raus. Deswegen sage ich ja, so eine Zange ist gar nicht verkehrt im Haus zu haben. Vor allem ist das auch für die Technikteile schonender. Also ich zeige es euch nochmal. Die hat, für die, die das nicht kennen, das ist Gummi hier vorne. Da. Und das kann man, ups, kann man dann schön die Pinne mit einklemmen. Und dementsprechend rausziehen. Oder Achsen. Ja. Habe ich im Laden von Blubrixx erstanden. Von daher, für die, die es wissen wollen. Kostet irgendwie 9 Euro oder 5 Euro oder irgendwie sowas. Ist gar nicht teuer. Ja, dann machen wir mal den hier dran. Können wir uns den auch nochmal angucken. Da haben wir halt den Gruber oder diesen Furchenzieher. Was auch immer das jetzt ist. Und wenn wir dann fahren, ja, dann bewegt er sich. Ich halte ihn mal so ein bisschen fest. Wir machen das nochmal so. Ja. Ihr seht, dann dreht das Ganze. Und, ähm, ja, als gut, zu guter Letzt würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal den hier hinten ab. Und, äh, machen den blauen mit diesen Rädern dann nochmal dran, dass wir uns den dann auch nochmal angucken können. Also, es ist echt fungelig und wirklich schwierig. Man kommt da nicht richtig dran an diese Pinne. Das ist so ein bisschen schade. Und die sind auch echt schwer da rauszuziehen. Also wirklich. Ich meine, ist ja gut, dann klemmt es wenigstens vernünftig. Besser, als wenn alles von alleine abfällt. Aber um diese Geräte zu wechseln, ist es dann, hier ist das halt, da kommt noch zu, dass daneben einer sitzt. Und, äh, dann kommt man da sowieso nicht dran. Deswegen kann man sich lieber diese Versteller hier oben mal einmal dafür abmachen. Dann kommt man da wenigstens besser dran. jetzt fehlt mir nur irgendwo, ne, hier ist er. Du hast nicht die Pinne alle verlieren. So, und dann machen wir uns den hier nochmal einmal dran. Und dann haben wir sie uns ja alle angeguckt. Bei denen, wie gesagt, braucht man nicht drauf achten, dass man da seine, sein Kaderngelenk unten einführt, weil es das dort nicht gibt. So. So sieht er jetzt aus von hinten mit dem großen Flug oder, ja, Plattwalze-Teil, wie auch immer das jetzt heißt. So, wir können es dann jetzt also ablassen. So, und dann, wie gehabt, sollte man in die richtige Richtung drehen. Können wir das Ganze dann noch runter lassen. Und dann haben wir ihn da hinten mit dran. Ja, so sieht das Ganze aus. Dann haben wir das auch soweit geklärt. Ja, und dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal haben. Ja, ich würde sagen, das war es dann jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr euch auch mal die Anbaugeräte angucken könnt. zeige es euch noch mal ein bisschen aus einer anderen Kamera-Perspektive. bis auf die Getränkedose und den anderen Kram, der da hinten noch so liegt. Also, das gehört dann noch mit zu. Das gehört dann mit zu. So, also, Fernbedienung, Kabel, die beiden Geräte, das Anbaugerät und das vorne. und der Trecker ist alles ein Set und zwar die Set 17-0-20 und dafür kriegt man, für das Geld kriegt man richtig viel Technik-Teile. Vor allem, man kriegt viele Räder, man kriegt viele Technik-Sachen, man kriegt irrsinnig viele Zahnräder. Also, für Leute, die viele Zahnräder brauchen, hier sitzen ja dann auch noch mal Zahnräder drin, ganze Reihen, die sieht man jetzt leider steht, aber da oben drüber seht ihr es, das ist komplett voll und dann halt hier diese Technik-Teile, diese gelben, irrsinnig viel davon vorhanden. Wir haben diese Heber hier und ja, zwei Motoren, zwei L-Motoren, ein M-Motor, ein Servo, Akkubox mit Empfänger. Das ist alles drin in diesem Set. Es ist ein tolles Set, so für sich, finde ich es gut. Ich finde halt schade, dass das Teil nicht noch einen Antrieb hat über die Achse, um die Heber mechanisch über den Trecker zu bedienen. Ich finde es schade, dass die Geräteaufnahmen hinten bei dem Trecker, also hinten und vorne beim Trecker, nicht, ja, auch nicht angesteuert werden über einen Motor oder so, dass man die dementsprechend auch noch mal fahren kann. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ansonsten, es fehlte kein Teil. Wir haben sogar Teile über, da liegen sie drin. Wir haben sogar, ich bin ein wenig erschrocken, so einen Liftarm über. Ich hoffe nicht, dass das ein tragendes Teil war und mit dem Trecker mal auseinander fällt. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, weil das funktioniert alles. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ist das Set ein tolles Set. Wie gesagt, es gibt diesen Trecker in gelb mit anderen Beigeräten bei und es gibt, was ich zum Anfang auch noch mal gezeigt habe, das Set mit dem Hänger, nochmal ein separates, wo auch nochmal einen Hänger und vier, ich meine vier große Anbaugeräte für diesen Trecker mit dabei sind. Also wenn man sich diese zwei Sets oder vielleicht sogar alle drei Sets, dass man noch einen zweiten Trecker hat, holt, dann ist man für den Ackerbau, denke ich mal, bestens ausgestattet. Ich habe nicht alle Aufkleber verwendet, Entschuldigung, die sind ja auch noch. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich sie drauf mache. Ich wollte es euch halt erstmal ohne zeigen und ja, gut, ich denke, wir haben jetzt erstmal viel gesehen. Ja, ich sage erstmal schönen Dank, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ach, ich habe da keinen Bock auf immer diesen ganzen Scheiß zu haben. Macht, was ihr wollt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.